Hey und herzlich willkommen zum Let's Play Edna bricht aus Part 4. Ja, kleinen Moment noch. So, gut. Wir waren ja hier bei diesen Zeitungsartikel stehen geblieben. Und ja, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Also wir haben das Lexikon, Poloschläger, Kugelschreiber, Fußnagel, kaputte Stuhlbein und den HW-Inventar. So. Ähm. Gehen wir mal hier raus. Huch. Oh. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Nimm mal das. Der Soniligolf-Typ hat mich freigelassen. Spiesel, er wird immer unzuverlässiger. Doktor Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum. Du kommst jetzt mit. Ich sperre mich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay. Hey! 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 Wie kriegt man ihn weg? Komm ich nochmal an? So eklig. Ähm. Wenn du nicht sofort von der Tür weggehst, hetze ich meinen Kampfhasen auf dich. Fass, Harvey! Fass! Okay, das bringt... Und jetzt können wir ihn irgendwie anwarten. Die Feder ist zwar mächtiger als das Schwert, aber diese Oberarme sehen aus wie LKW-Stoßdämpfer. Okay. Ich glaube, du stuweig. Das versuche ich lieber gar nicht erst. Wieso? Wäre doch witzig. Willst du vielleicht etwas lesen? Machst du dich etwa über mich lustig? Auch wenn ich nicht so aussehe. Ich lese viel in meiner Freizeit. Ach ja? Was denn? Tolstoi. Hemingway. Voltaire. Rosabunde Pilcher. Haha! Jetzt hast du dich verraten! Das sind ja alles nur Fantasienamen. Ich kann probieren mal noch den da. Wer ist der Champ? Wer ist der Champ? Edna! Sagt es lauter! Edna! Okay. Also den haben wir jetzt umgehauen. Edna erschlagen. Großes Tier. Ugg! Ja. Ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ah! Warte, warte. Wie ging das nochmal? Okay. Und jetzt? Ja. Ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin? Ich weiß! Der Schrank! Sieht ja auch ganz witzig aus. Aber jetzt nimmt man trotzdem noch das individuelle Kommentar. Jetzt wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel Papier eine Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Die Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Interessant. So, so. Der Leiter, eine Irrenanstalt, spielt gerne Polo. Schubladen. Gut. Ähm. Ähm. Schubladen. Zu! Das macht mich rasend! Nee, es heißt nicht. Die ist nicht verschraubt. Die ist verklemmt. Äh, äh, ich würde nicht machen, das ist noch... Nö, nö... Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Oh Mann. Äh. Nö, wir machen mal den Harvey. Harvey passt in keine Schublade. Okay. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Hätte ja sein können. Bundesbuch. Schreibtisch. Der. Ablagefläche für Unerledigtes. Okay, ähm, dann probieren wir mal. Ups, die Seite fehlt. Ganz natürlich. Das Lexikon ist zwar langweilig, aber ich verbrenne keine Bücher. Zumindest nicht ohne Feuerzeug. Okay, gut. Dann gehen wir mal raus. Wo sind wir denn hier? Dachlupe. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Aha. Eine besonders rankige Ranunkel. Kaputmachen. Was? Hoppla. Absicht. Psst. Äh. 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 Ich wollte es aber jetzt echt nicht. Das wollte ich nicht. Gelogen. Ich habe. Ich habe. Was ist das denn? Da ziehe ich ja kaum was. Ah, Lichtschalter. Ah. Okay, gut. Ähm. Geht nicht. Die Kegel sind nicht vollzählig. Kattons. Kattons. Hm. Was da wohl drin ist? Das klingt nach... Ja. Fast so als ob. Kattons. Ja. Ja. Also nach dem ... öfteren Malen Clear, Shepard oder was auch immer da. Kann es ja nur Glas sein. Ich lese es später. Kann man damit reden? Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arm streiten. Aber Harvey ... Sowas sagt man doch nicht. Kegel. Aber mit dem reden kann man trotzdem noch. Mixer. Reden. Ich glaube das soll halt Hallo Edna heißen. Geil. Geil. Au. Atom frisch. Ja alles klar. Be. Nutze. E. 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 Ich bin ein Gehirn in einem Glas, aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Also wie, wie kam, äh, Gehirn namens Bobo? Naja. Aber nicht doch Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Oh Mann oh Mann. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Weißt du etwas über diesen Doktor Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ich hasse dich selbst, wenn ich so pathetisch werde. Naja. Ciao Bobo. Also mit dem können wir nichts anfangen. Ah, ne Alfpuppe. Nein, wie geil. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Was, der ist cool. Du bist zum Kotzen, Alf. Null problemo. Haha, ich lach mich tot. Reagenzwege. Da komm ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosionen. Ja, die sind genug. Oh. Keine Reaktion. Da ist nichts. Ein Fenster. Ist die so offen? Kann man hier rausgehen. Hallo? Ui. Hat er doch noch nicht nur irgendwas mit dem Gitter hier? Ach, er glaub mit dem Fußnagel kann es sein. Sehen Sie nun? Die erstaunliche Ätna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Okay. Äh, was soll man hier? Die sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Red doch mal mit der Eistänzerin. Also Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit Ihnen kommunizieren? Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ich empfange auch so schon genug. Ja, da kommt noch nichts. Hm. Na ja, gehen wir mal rein. Da gibt es jetzt nichts mehr. Hm. Wo ist das denn? Ach, das ist der Hobbygolf oder wie? Will ich da überhaupt hinweg gehen? Ach ja, wagen wir es einfach mal. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Was? Was? wie weil diese die neu Läppisch, warum musst du schon früher aufstehen? Yep! Ok Houdini, ich weiß zwar nicht wie du entkommen kommst, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Perfekt, perfektes Timing doch. Jetzt nämlich auch die Aufnahme schon wieder mal zu Ende. Und ja, in diesem Sinne sieht man sich dann bei der nächsten Aufnahme. Macht's gut Leute, bleibt dran und schaut weitere kräftige Videos an. Tschüss!